Yo, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen, äh, äh, scheiße, hätte ich den Text vergessen. Gaming mit Spaß Ähm, zum neuen Let's Play von Black Ops 2 Und ich, Trottl, habe vergessen, das andere Visier aufzugeben. Ja, Junge, scheiße, soll ich mit, ich will mit dem anderen Visier spielen, ich kann mit diesem Visier nicht spielen. Auf die Beine, Kontakt! Kneipen wir mal. Bewegung! Ich bin näher geschossen! So, entspast. Am Boden lag der. Fick dich. Okay. Ja, fick dich, Alter, Junge, du bist ein scheiß Grünsohn. Achtung, feindliche Fernlinkladung entdeckt. Ja, ich kann mir diesem Visier nicht spielen, ich habe keinen Bock mehr. Also, ich will die, des Spiels lassen. So, der Laser-Dingste kommt weg. Hier, den Zuizielsucher. Dieser ist besser, als dieser Scheiß. Da. 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 Wir liegen in Front. Wir haben den Vorteil verloren. Ok, ich mach gleich weiter. So, ich war nur kurz am Handy. Ok, jetzt geht's los. Jetzt hab ich endlich hier mein Zielsuche. Und jetzt scheiß auf diese Motherfucker. Oh, ich dachte, was hätte ich wieder auf den geschossen? Ja, Junge, komm von hinten, du scheiß Spaß. Was ist die? Ja. Pfff. Von vorne. Ja. Ah, scheiße, der wird zu mir. Na los, na los. Ziel ausgeschaltet. Kesselt, hier muss ich nicht weglaufen. Geh mal ein bisschen snipen. Brauch ich wieder. Entschuldigung. 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 So, jetzt ist es besser. wir warten hier schon mal hier ist einer ach scheiße komm schon nochmal feindliche drohne nähert sich immer ein bisschen weg vom fenster immer wenn ich dorthin zieht ist es ist ja nicht mehr dort scheiße das ist das gute am ziel sucher dass ich jetzt so müssen so lassen glückbrüche und zwei kills ganz chillig geben wir ein bisschen basket das spiel ah scheiße zu einer schweiß ich bin noch nicht zu gut scheiße feindliche drohne nähert sich Oh, der war schön. Ah, scheiße. Okay. Er gehört zu uns. Die Drohne nähert sich. Nein. Das gibt's nicht aber. Was soll ich... Arschwechster. Alter, ich bin schon... Oh, ist noch gut im Takt. Zehn. Zehn Tode. Also für mich zumindest. Ich hatte schon mal viel mehr. Okay, danke, Kumpel. Da-da-da-da. Ganz chillig, chillig. Die Drohne nähert sich. Okay. Ja, drei-falls, warm. Fick. Scheiße. Okay. Uh, Springmeister. Okay. Drone, yeah. Ähm, falls ich ein neues Spiel aufnehmen werde, kann sein, also morgen kommt es glaube ich raus, also heute ist der, ähm, 31. Und morgen kommt, äh, ersten kommt, ich weiß nicht, irgendein guter Spiel raus, da muss man mal nachschauen wie das heißt. Aber es ist sicher saugeil. Und Widget 3 funktioniert, geht bei mir, aber das immer wenn ich aufnehmen will, dann stürzt das, äh, der stürzt der PC ab. Und das ist glaube ich irgendwie, irgendwie wegen dem Aufnahmeprogramm. Und deshalb nehme ich es nicht auf. Bei GTA dasselbe. Ich kann dieses Aftermath nicht leiden. Okay, let's go. Oh, ich mag diesen grünen Skin. Ich, I, I like the screen, äh, color. scheiße 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 mein computer spielt zu dermaßen scheiße ich wollte nicht seine missgeburt aber ich kann die map wirklich nicht dann okay das war schlecht gemacht von mir obwohl ich mache immer eigentlich ja scheiße einfach nur scheiße einfach nur chillen Achtung! Feindliche Drohne nähert sich! Ja so! Okay! Schafft! Schade, ja! Da konnte ich jetzt nix machen Oh scheiße, schon wieder der Geht mir im Arsch dieser Achtung! Feindliche Drohne nähert sich! Okay Ah, scheiße! Junge Ah, scheiße! Oh scheiße, da war ich jetzt schlecht Ich hätte den gehabt Ah, schon wieder diese Binde der Furze Ah, Mist! Abgeschossen! Die Beine und Bewegung! So waren drei Gegner Oh, hier ist ein Infer Oh, hier ist ein Infer Hier ist ein Können alle zu mir? Ah scheiße Ziemlich blöd Hey cool, ich bin jetzt einfach Was? Gut Gucken wir uns hier Wieso können wir mich nicht hinlegen? Der abwunderte Konterdrohne nähert sich Scheiße Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs Scheiße Schon wieder, der ist ein guter Spieler, aber eine scheiß Missgeburt Feindliche Vorräte unterwegs Duh-Duh-Duh Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet Da ist er Vergebe, bis hier Gah, scheiße, ich sch Timpete, ruhehler oder so bis hier Oh shit Scheiße. Irgendwie hab ich keinen Bock mehr. Hey cool, hier war ich noch nicht. Jo. Boah, ich bin wahrscheinlich zu blöd zum Leitern hochgehen. Scheiße. Macht keinen Spaß mehr mit so... Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Granate fliegt! Das wird nichts, los doch! Okay, ich atje immer. Ich hoffe, wir haben uns gezeigt, wo der Hammer hängt. Neugruppieren! Das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, obwohl diese Folge nicht sehr gut war. Aber auch egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020